ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ein neues skins vorgestellt bei uns auf dem kanal sofort und gleich die sturmtruppen sind da überall sturmtruppen man sieht überall nur noch sturmtruppen 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 nur noch weißes gehen es auf der ganzen map leute sensationell und hier haben wir auch einen gefunden da mega cool der hat hier hinten drauf da die die münze da ist der zweite sturmtruppe im skateboard hinten dran lackierung verband ja echt ziemlich nice laserschwerter sind es leider nicht also wäre vielleicht auch mal eine maßnahme gewesen epic games vielleicht wäre es cool gewesen einfach mal laserschwerter mit reinzubringen als picken wenn ihr schon die sturmtruppe passt halt nicht zur sturmtruppe laserschwerter passen nicht zur sturmtruppe ist egal so also lass uns doch einfach mal in das gameplay reinschauen und los geht ja hier gerade die sturmtruppe im anflug mit diesem schirmgleiter das sieht schon sehr skurril aus muss man sagen und ja lassen wir uns einfach mal laufen was passiert das ist auch wieder ein baumhüpfer oder was wir in baumhüpfer junge du musst dir dafür einen anderen skin nehmen eine sturmtruppe im baumhüpfer oder was los mit dir das ist ja 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 Da stelle jeder Paketenwerfer auf bis es sammelt. Den hat man aber anfliegen gehört. Irgendwas er jetzt macht. Ja mitten rein, mitten rein, genau. Da reicht den ersten Kill. So den nächsten da hier. Jawoll, noch einen. Sehr schön. Das ist eine richtige Sturm-Truppe. Und zack. Bist du schon wieder tot. Aber ich darf mich gar nicht beschweren. Die Runde fand ich ziemlich anstrengend. Immer wenn man einen angegriffen hatte, war meistens ein zweiter oder ein dritter dann noch hinten dran. Das war ein bisschen nervig. So. Schauen wir mal bei der anderen Sturm-Truppe jetzt hier rein. Was die so geschafft hat. Das passt besser zu. Das passt doch viel besser zu einer Sturm-Truppe als Gleiter. Jawoll. Junge. So ist es. Ja, das war. Sehr schön. So. Und dann gucken wir mal, was passiert jetzt. Alle Sturm-Truppen sind auf jeden Fall cool. Fällt mir sehr gut. Würde ich so auch sofort nehmen. Wo? Ja. Dann ist er auch schon wieder weg. Das sieht schon strange aus. Eine Sturm-Truppe mit diesem Skateboard hinten auf dem Rücken. Ja. Sturm-Truppe gegen Sturm-Truppe. Hahaha. Okay. Gegen Sturm-Truppe. Da kommt sie aus dem Baum raus. Wow. Und da wird nochmal schnell auf die Schock geswischt. Bam. Ja, der war ja eigentlich nicht so wirklich drauf, wenn man das so gesehen hat eben gerade. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Aber sowas von... Oh mein Gott. Huiuiui. Das sieht aber schon irgendwie strange und cool aus. So die Perspektive besser oder so die Perspektive besser. Ich glaube so ist die Perspektive am besten für einen coolen Screenshot. So. Und jetzt lassen wir es einfach mal weiter laufen. Mal in Highspeed. Sturm-Truppe in Highspeed. Im... Äh... Typisch. Ja komm, geh schnell ins Boot rein. Hahaha. Einmal gegen die Wand gefahren. Ich bin tot. Ist das witzig. Ist das witzig. Oh mein Gott. Hahaha. Oh mein Gott. 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 Und das war's. Ja Leute wenn euch das heutige Video gefallen hat dann lass doch mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skinvorstellungen bei uns auf dem Kanal sofort und gleich schaut rein, macht's gut, bis dann benutzt unseren Creator Code sofort und gleich TTV, bitte wäre cool, wäre cool, wäre cool macht's gut, bis dann und tschüss